Der ehemalige Ministerpräsident Stephan Mappus CDU, hier Archivbilder, ist vom Vorwurf entlastet worden, dem Land durch den Rückkauf der Aktien des Energieversorgers EnBW im Dezember 2010 geschadet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Der Verdacht, dass die Landesregierung zu viel Geld bezahlt habe, habe sich nicht bestätigt. Gerügt wurde aber, dass es eine genauere Prüfung hätte geben müssen. Nach dem Einstellungsbeschluss durch die Staatsanwaltschaft sprachen die Mappus-Anwälte in einer ersten Reaktion von einem großen Schritt in Richtung Rehabilitierung und von einem Sieg des Rechtsstaats gegen einen enormen Druck von außen. Mappus ist damit in dieser Hinsicht rein rechtlich rehabilitiert. Bestehen bleibt aber weiter der Vorwurf, dass die Landesregierung mit dem Deal am Landtag vorbei Verfassungsbruch begangen hat. Bei der Verkündung im Dezember 2010 hatten die Oppositionsabgeordneten von SPD und Grünen aus Protest ihre Plätze verlassen. Später reichten beide Parteien gemeinsam Verfassungsklage gegen Landesregierung und Finanzminister beim baden-württembergischen Staatsgerichtshof ein. Der gab der Klage statt und stellte 2011 einen Verfassungsbruch fest. In einem seit gestern am Stuttgarter Landgericht anhängigen Schadensersatzverfahren will sich der ehemalige Ministerpräsident jetzt zumindest vom Vorwurf befreien, dass er bewusst und wissentlich diesen Verfassungsbruch in Kauf genommen habe. Stattdessen habe ihn die Rechtsanwaltskanzlei Gleislutz trotz mehrfacher Nachfragen durch das Kabinett über die rechtlichen Konsequenzen im Unklaren gelassen. Demgegenüber hatte der mit dem Vorgang betraute Gleislutz-Anwalt Martin Schockenhoff angegeben, er habe niemals rechtliche Risiken ausgeschlossen.